Ja Leute, was geht? Es geht weiter mit Let's Play Horizon Forbidden West hier auf dem PC. Wir machen weiter mit einer neuen Folge und ja, heute genau, heute machen wir den Rebellen Außenposten. Wir lassen unser Tierchen einfach mal hier. Das ist eh schon angeschlagen. Ich weiß gar nicht mal wie lange das noch durchhält. Ich schaffe noch ein bisschen. Dann müssen wir uns immer mal wohlgeblend ein neues holen, aber... ...Rebellen Außenposten. Ich muss den Anführer finden und verhindern, dass sie noch mehr Schaden anrichten. Ich... Ich dachte, ich hätte wieder gut gesammelt. Habe ich das nicht? Oh, scheinbar nicht so. Na, tolle Wurst. Das ist Reserve für später. Oh. Lass niemanden hier vorbei. Nimm eine Ablösung. Okay. Gucken wir mal, wie er reinkommt. Vielleicht können wir... Ist da oben jemand dran? Dann... In jedem Fall gibt es wieder heilende Bären. So. Okay. 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 Gegrüßt, Soldat. Ist auch jemand der Strafi? Strafi. Hier ist alles sicher. Der Rüstung nach weiß ich, wer hier das Sagen hat. Du machst hier jetzt aber nicht die ganze Zeit in die Hose, oder? Ich bin nicht hier. Bleib wachsam. Sprechen wir ab. Da draußen sind nur Maschinen und Tiere. Ah, falscher Alarm. Boah, scheiße. Mann, warum übernimmst du nicht für mich? Du musst dich um die Wache auf dem Turm kümmern, wenn ich innen entdeckt bleiben will. Und tschüss. Habt jemand gehört? Na, sehr gut. Okay. Ja, ne. Ja, ruhig dich. Sie sind noch misstrauisch. Okay. Ich glaube, wir sind sicher. Komm nicht los, aber dann ist nur gerein. Sei gegrüßt, Soldat. Ja. Ich glaube, wir sind noch nicht an den Taten. Ich bin in der Taten. Tschüss. Ist das Ding. Sehr gut. Okay. Ah, da oben ist noch... Gut, dann haben wir schon mal ein paar weg. Oh, mit dem Windviech. Oh, ich bin ja nicht mehr, ich bin ja nicht mehr. Ja, der lebt noch. Der lebt noch. Das ist ein Tier. Was ist denn das denn, Viech? Ach, du Elend. Hier stützt der Schuss. Oh Gott, lohnt es sich eigentlich mit dem Viech sich anzulegen? Im Feuer würde ich vielleicht auch nochmal speichern, aber vom Prinzip halt her. Okay, dann Plan B. Ich werde angegriffen! Du bist ganz nah, oder? Jetzt sind wir in der Nähe. Okay. So. Gesehen haben sie mich, aber die wissen nicht ganz genau, wo ich bin. Weil sie haben mich irgendwie mehr nur gehört. Nicht im Gras überrumpeln lassen! Wir müssen ein großes Gebiet abdecken! Geh jetzt! Gib mir Rückendeckung! Vergesst, dass ihr was gesehen habt! Die müssen hier irgendwo rumschleifen! Das dauert zu lange! Ich tu mein Bestes! Du tagst mit Blut! Du tagst mit Blut! Und das? Nein! Ich wollte sie schnappen! Du wolltest mich alle schnappen! Schieß dir den raus! Mhm. Und wieder weg! Und zack! Arschloch! Ja gut! Du musst dich... Ich sollte nachsehen, ob hier irgendwas mit einem Beschloss ist! Mhm. Geil! Du müsstest von nämlich ehemal! nicht töten. Oder nicht, äh, nicht im Laut töten. Dann konnten wir ihn ganz leise für mich haben. Ja. Das ist doch vernünftig. Oh, oh, oh. Todbringer. Ist denn das für ein Ding, sag mal. Oh, 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 das Ding sieht mich. Oh, oh, oh. Okay, ähm. Ja, was ist das für ein Viech? Wie heißt der? 300 Tonner Käfer. Wie heißt er? 300 Tonner Käfer. Walsch gelesen, oder? Hey, du bist der. Was ist das in der Drohne? Oh, die habe ich schon mal gesehen, die habe ich schon mal gesehen, will ich wissen. Was ist es? Ich möchte es wissen. Gerne. Äh, äh. Hallöchen. Hallo da. Okay. Mhm. Ja, der hat Bock. Ach, du heilige Kacke, hat der Bock. Au, au. Ah, Hilfe. Ah ja. Die Bänder ist fertig, ne? Ja. Da müssen wir in Höhe gewinnen. Ich weiß nicht, wie ich von oben ihn da kriege. Ich muss auf die Drohne springen, um sie runterzuholen. Okay. Wow, hat ja gut geklappt. Aha. Ich meine, vielleicht können wir ihn von oben weghauen. Ne, ne? Wollen wir mal probieren, von oben. Die muss auf die Drohne springen. Hat ja gut geklappt. Warte mal, ich halte die App noch als Quest. Erlange die Drohne. Wir haben lange genug Zeit, also von daher. Sehr gut, Kollege. Ich weiß nicht, ob wir das mal machen wollen. Du gehörst mir! Ich weiß nicht, ob wir das mal machen wollen. Scheiße. Wir haben 2-E-Z. Das ist ein tolles Ding. Ich will gerne. Das isst ihr denn ernst, oder? Nicht. Wow. Ich bin da eine Stelle an der Droh-Module. Das blöde Mistding, Alter. Gut, ich hab die Drohne. Ich glaube, es geht wirklich. Äh, geil! Geht doch nicht. Ah, okay, geht doch nicht. Ah, schade. Das ist halt geil gewesen. Die Drohne hab ich jetzt, ne? Ja. Ich sollte was anderes machen als Prost. Warte mal. Hey. Das ist halt geil gewesen. Das ist halt geil gewesen. Ich bin noch im Kampf Alles gut Ich bin noch drin Ah fuck, ok es geht nicht, ne ganz vergessen den kriegen wir doch nicht Schade, schade, ok den kriegen wir nicht, ne ne Aha, ok, finde eine Stelle, die der Stormboot abgeschossen werden kann Ah, da die Klappe Ich brauche nur die Drohne Ah Über 30 ist er auch Ok, bin 18 Ah ok Ab nach unten Ich bin noch die Stelle, der Stormboot angeschlossen werden kann Da hab ich glaube ich auch nix, ne Er erkundet die Ruinen, das sind die Ruinen Stimme das Ornament Das haben wir auch nicht eingesammelt Ok Na gut, ok Stimme das, das können wir noch mal einsammeln kurz Bevor wir im Folgenpolstein machen Haben wir denn noch was gemacht Jetzt bin ich noch mal ab Ich bin abgehauen, hallo oben weg Ne, der ist ja Stufe Stufe 30 das Viech ey Ne ne Ich glaube selbst dann ist dieser Bastard äh, ziemlich hart Also Der ist nicht zu unterschätzen Aber witzig was was denn, wollte ich mal ausprobieren, ob er das überhaupt hinkriegt Gerade Aber wir werden sowas bestimmt noch mal legen Bei Shia muss ich sagen Gerade dieser Jagdanteil Der gefällt mir hier mehr Ich hab in Revival of the Horizon Zero Dawn mehr so gespielt hab Das ähm Ich war mit den Konfrontationen mit den Gegnern und ich kaum hatte Aber hier Ich komme Ich komme Ich komme Ja Hier ist die Plage schlimmer Wenn ich kein geier weg ab ans laufen bekomme wird es überall so sein Mehr den Landwirtern im Tarot Sie verpesten die Felder Es ist, ob sie immer noch nach ihrer Programmierung handeln Ja Die Welt Warum nicht Diskutieren ist gut Oh oh Haben wir hier durch Ach du scheiße Achso 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 Na gut Upsi Die Genau Das müsste jetzt hier eigentlich nur so sein Dass wir es noch kurz holen müssen Weil das Riesel hatten wir ja fertig gemacht Ja Ich müsste hier jetzt noch hinspringen Und noch rausholen Dann haben wir es Dann haben wir das geschafft Und dann gucken wir mal Ob wir es in die nächste Folge machen So Haben wir diese Folge mal ein bisschen mehr Unsinn gemacht Aber komm Oh Muss ja Muss auch mal Oder Leute Muss auch mal Eine Ruine der alten Welt Vielleicht die von der die Faro in Rheinklang erzählt hat Weil sie noch bis drin Was nützliches gibt Natürlich gibt es auch was nützliches Wir waren locker fast her Ich bin im Scheiß Wir waren so fast fertig Dann fahre ich so ärgerlich Dann fahre ich so ärgerlich Dann fahre ich so ärgerlich Oder sie sind ein anderes Ja Wir waren aber irgendwo hier Hier lang Jajaja Jetzt weiß ich es wieder Jetzt weiß ich es wieder Irgendwie Ja Alter schon ein bisschen her Wo das ich jetzt gemacht hab Genau Es war So 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 Ja ey Leute Wenn du hier in die festhältst Dann Achso Ähm Zack Genau 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 Ach ey Leute Halt dich doch da fest Ah Blöku Wow Danke Danke Hä Und meld sich nicht fest Hä Warum Warum Was Warum Ah jetzt Ist Wohin Jetzt Hier hin Genau Das kann ich mir jetzt nicht machen Nein Nein Genau Äh Äh Achso Man hätte Man hätte auch so rankommen können Weil das Spiel gesa- Hä Das Spiel hat letztes Mal doch gesagt äh Hier muss ich später weitermachen und was Oh wow Ah ne Doch ist richtig Warte mal die Lore wo ist sie Ok Wofür ist dieser Schalter da? Ok Ok Die Schienen sind auf die Kurve ausgerichtet Hä nein zurück Achso Das war schon wieder so ausgerichtet oder warte Hä Der Scheiter kontrolliert die Schienen Bewegen wir das Ding? Hä? Warum? Wom geht das nicht? Weiter geht's nicht Auf die Schienen mit Kurve So Jetzt sind die Schienen gerade So machst du den Schienen mit Kurve Ja mit Kurve ja ja da freu ich auch Genau ja Oder ich war nicht ganz dumm als kann sein Das Ding muss hier rüber Ok Genau Oh was ist das denn? Geschafft Und noch eingelegt Und noch eingelegt Ich behalte das mal Könnte ich später noch gebrauchen Nice Sehr schön Ok Leute Dann würde ich sagen Ich mache jetzt hier einen Folgenpuls Dann haben wir das jetzt geschafft Wir haben ein bisschen Wir haben heute ein bisschen mehr Sammelkram gemacht Aber war lustig Warte mal Hat auch noch Spaß gemacht Und Geht Na eigentlich Das willst du aber auch noch mal machen Oh Gott Erlangen die Dune Was haben wir denn noch für Quests Das ist Das ist Das ist Das ist Das ist Ähm Genau Ich danke Wie immer Fürs Zuschauen und mit dabei sein Ich hoffe Dass euch diese Folge Wie immer ein bisschen Spaß gemacht hat Und ihr trotzdem beim nächsten Mal dabei seid Heute ein bisschen Ja ein bisschen weniger Aber machen wir nächstes Mal auch hier das hier Und dann passt das ja wieder Begiblich nach Reinklang Ok Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder Haut rein Bis dann Tschüss Haut rein Tschüssi